da kommt ein 10 und da ich habe ein mörser geschützt mitgenommen nein aber ich habe ganz weit hier weg platzieren wir treffen und da kommt ein dicker ich habe mal ganz dicke 380er platziert die geschützt schon weg ja ein bisschen vorsicht ich habe das eine ding platziert aber der stürmer hier hängt irgendwie verarmen da ist gerade der effekt der höhen kraft getreten 50 prozent überlebenschancen tödlichen treffer ich hatte noch einen ep oder so ja ja irgendwann wird auch schon treffen na ich lasse mich die proben können wir am ende wieder einsammeln so wie ich doch verstanden ob der zählt trotzdem nur als einer obwohl hinter der ganz toll da kommen sie also platziert ich tue nur sachen platzieren also hat die ganze zeit in der mitte überlebt ja ich habe nichts gegen den also ich habe mein rückschuss gewährlich dabei ich habe nur meine geschütze der beste freund des menschen ja bei mir ist gerade vollständig also ich sehe er hat nichts voll angeschlichen an mir da auch gott hier ist der nachschub genau perfekt warum bist du da abgeprallt waren und stimmt mit dir nicht aber ich mein mörser geschützt was ich mitgenommen ich weiß nicht ob das irgendwer trifft aber aber ich habe mich abgesehen war ganz warm doch der male für den tag auf wenn ich mich umdrehe ist sie sind immer die gleichen viecher genau da irgendwo da oben hinter dir da sind jetzt wieder sprunger noch mal ein paar kanaden werfen wir feuerwehr feuerwerk war war vollständig ja hier kommen sie wieder ich habe eine freude erschossen ich habe ich glaube ich habe zugauern ja man kommt immer vorgeschafft war ja super schädig wir können ja jetzt allein sammeln da kommt noch gegner wo gespawnt wenn wir nicht nicht erlebt noch simuliert wenn ich jetzt mal ein paar finden würde sind noch fünf übrig wo sind sie wollen irgendwie mehr als die anderen sie selten sind gar keine ich finde gar keine die eine kriegen wir auch noch hey wie geht's auch am daim und am hellen noch gar nicht gestorben hier merke ich gerade ja was sagt mir die könnte hier sein ich weiß nicht warum ich kann nahkampf angriff da ist der missionsteil mann sieben minuten ok da bist du lang gelandet ja habe ich gesehen nicht schlecht einfache gold für vier sterne sogar hundert prozent ich habe mal irgendwann diese eine trofe aber irgendwie so 55 sachen an einem punkt irgendwie werfen müssen wir so 5 orbital schläge oder irgendwie sowas da soll man mal irgendwann auf einer ganz einfachen mission nehmen wir einfach nur orbital stehen werfen die alle anderen ort ich bin aber also funktioniert da weil die 380er die so lange hält und so schmeißt man ein gott pro mäßig geht es uns richtig gut darin werden alle missionen zu analysern so für die armen was wollte ich sparen habe ich noch nicht gehört eingehende nach von über erde roboter wir haben schon unsere dinges abgeschlüsseln wir sind hier noch auf probenjagd so welchen planeten sind wir auf den anderen noch hier beben erdbeben spieler als auf feinde fliegende kreischer schwärme nein danke muss nicht unbedingt sein ionen stürme orbital schwarzen taktige ausrüstung abgängtheit um 25 prozent erhöht evakierung dauert 25 sekunden länger jetzt auch mal gute modifikator und was ist das hier starke hitze säure stürme steht für effekte irgendwie sich nur hier fliegende kreischer war wir müssen noch nicht unbedingt sein irgendwie gibt es aber hier nichts anderes gerade helmeier dass sie mit dem feuer stürmen er kann ja schon irgendwie am besten den beben erst neugierige kreischer kreischer bei der befreiung bei stehen so haben wir eben ionen stürme ja okay aber das eben nein nein vielleicht bei irgendein anderen spiel zugestellt beigetretene so war die auch privat ich weiß ich bin nicht mehr so schön fdl sprung erfolgreich ja der klaut war echt gemein zu der dicken lady missionskoordinator was achso ja ja schnauze fett 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 schnauze fett fett sack ja rie IntroduOr 더는 schnauze fett 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 fettua akutet was mein Lieblingswitz davon in der Battle of the five armies she was two of them oh god ja seit morgens heute so genießt am vielleicht normalerweise morgens jeden tag das ist eine legale übertragung aber ich kann sie von dir aus sehen nein ich kann sie ich kann sie nicht markieren produktiv aber ich glaube ich habe schon den links gefunden ich glaube da ist noch nichts dran das ist ein fake cock wenn man so neu mal sachen lohnt anscheinend da kommen sie schon aber er leitet mich so nicht so heftig nicht so heftig naja nehme ich auch sagen wir müssen erst mal start kurze da gibt es nur 29 und den super seltenen ist nur zwei hier überhaupt richtig schnee irgendwie ja ich gucke halt nur ja er singt wir gehen aus der karte du bist wieder in die anrichtung ich gehe in die richtung nach unten auf der karte oder gerade auch gemerkt wenn wir blühe markiert was ist dass ja nur geklinker meiner stiefel wenn ich auf dem vater freiheit laufe die ignoriere ich mal mein gott ich habe das ganze ding gerade getriggert bin ich habe da hingeworfen da sind mir sagen gefördert ich glaube ich habe da noch so ein ding gefunden leider leben noch ist klar nicht einfach so nicht einfach wo sind denn die kreischen da kann ich ja noch störe ich habe mich viele gegner ja was geht leute ich habe hier müssen wir machen ich gehe mal gucken ob das die proben sind aber da sind gegner ok ich bin noch mal kurz vorbeischauen und gucken ob das ist dann gehe ich auch wieder er habe sie jetzt kann man die mission machen ok muss man ja wo ist der datenträger aber du bist weg außen und sturm ich wüsste was ich machen muss den datenträger muss ich erfinden ich finde gerade nicht da war da gibt es dafür keine belohne normalerweise schon mal bist du in der abknallend ja da muss man schon heftige an kotzen aber da kann der kreisverkommen ja ich weiß gar nicht abgeschossen oder abgeschossen dass wir gehen da gleich in die nähe hin glaube ich da ist die markierung ich kann die dinger mit einer rakete und schatten ja da ist noch einer oder auch nicht mal mehr kreisler mehr müssen erstmal abschließen dann schon mal ein save der sei Es geht hier muss irgendwas machen weil ein anderer ding das ding finden ich gehe am terminus aus Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, mein Gott. aber wenn jetzt hier durchgeprescht kommt hebel betätigen ich weiß nicht was da ja ich gehe ich gehe gerade hin so okay sonn vorrat war zu bau ist jetzt noch nichts zu krasses bis jetzt nur zwei lehrer der proben anstatt drei diesmal da gehe ich mich darüber beschwert irgendjemanden hochrangigen wird einfach erschossen eine stelle nach geflogen es war wunderschön aber noch gar nicht gestorben und wir sind unbesiegbar deswegen ich vergebe nach uns und gegner hat natürlich der genau neben mir stand naja sorge mein terminal tut ihr zu den rückenfrei halten ich weiß nicht wo die dahin schießen ich würde auch untergehen können keine ich übernehme das terminal und wir warten ja und sturm jetzt ein antimateriegewehr damit bist du mal rumgelaufen ich war die sind aufgetaucht okay noch jemand und guckst du da gerade gar nicht ich habe ich nicht gesehen gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht na ja schon gewundert das ist irgendwas dick ist auf dem weg aber lass mal über die proben hause und auf 20 minuten mein gott wir alle auf einmal ja ich hab's gesehen mich auch da hast du da hat natürlich nicht getroffen wieso ich versucht habe den treffen zu viele gegner ich verziehe mich ich habe die pilze benutze mich in sicherheit zu bringen ausgezeichnet hier habe ich in die luft geschleudert und mich gerettet so ja ja ich verziehe mich ich habe noch eine spritze auf mein gott da hinten ist das nest ich habe jetzt noch ein bisschen weiter weg doch doch das war mal lieber also ich möchte rechts von uns irgendwas groß ist ja mal sagen jetzt habe ich in sekten vietnam ja 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 und pdk schießt wieder mal ab sei ruhig wir wollen ja leise weg gehen jetzt zwei drei minuten nur okay mal gerade irgendwie die mission macht wo ihr verdoppelt hatten oder was geht ich habe jetzt weg machen damit ich aber c elektroschock hat mich gerade getroffen ja ja doch mal sie ja Nein. Ah! Daniel, du hast mich in die Mäute da reingeschrubst. Du hast zwar nichts, wie du das gemacht hast, aber du hast es gemacht. Aber ich kann ja nur was schossen. Da ist aber eine Explosion hinter mir, die mich in die Mäute da reingehauen hat, den von den Stürmer. Trot. ich komme alle von hier so warum war sich die weise so gift explosion weiß nicht immerhin schießen die schließen da irgendwo da ganz hinten nein natürlich vielleicht nährliche gegen boxen war hatte oder kommen sie noch da ja ich war ziemlich mein kostbar proben ich habe sogar noch mal eine waffe nachladen da drin gift gegen gegner alles und habe eigentlich schon mal einen neuen titel wieder freigeschaltet ich habe irgendwie keine kreischer gesehen irgendwie aber davor auch nicht wir sehen wir sie alle kaputt gemacht das waren ja auch doch und trotzdem irgendwo auf die karte auf gott gemacht schief jetzt wird es genau so viel spritzen wie du ich habe meinen meine sucht und abzulegen der einzige rasch den ich jetzt noch brauche ist der rush ist adrenalin so der freiheit nein ich bin noch hier drin das wäre eine illegale übertragung die kannst du ja von weitem erschießen ich bin dein vorgesetzter regelgemäßigen respekt ich bin eine raumfreie freie schieben und du nicht das heißt jedes mal wenn du antwortest musst du mir erst den arsch küssen also wie zuhause schief ich kann mir einen langen namen nicht merken wenn sie einfach nur schief und ich bin auch ein schief na ich muss 2,4 sekunden jetzt damit verbringen die landschaft zu genießen glücklich hat der weisheit zufrieden aber das ist nicht so eine gute na da kommen sie direkt da kamen sie alle direkt ich dachte aber in titan jetzt gerade du eines wie ich gehe weg die haben da kaputt gemacht dass die säcke irgendwo in die richtung ich glaube ich die legale übertragung wenn wir nicht in der nähe von dem ort sind dann macht er da kein einfluss auf uns aber wenn man nicht in der nähe da gehen dann hat er doch kein einfluss auf unser naja wenn das ding wenn du keine munition ab für verband noch besser auch hier ja cd illegal übertragen von ihr aus da hinten da muss er von da oben geschießen gott aber gleich naja wo ist das ding ich glaube der stürmer ist tot alles muss nachgeladen werde ich habe gehört von ja genau von da habe ich gesehen irgendwo glaube ich da ganz hinten in die richtung das war genau in die richtung das ist so weg ich verscheid nach schub ich das ding das ist so ein ding was soll oberteil davon getroffen oder was macht mir angst ja da hinten ist ein stürmer dagegen da kommt da irgendwie durch und reißt alles ab hoffen weg zu uns ich habe die verfehlt er hat mich nicht bemerkt noch weiter wenn das nicht sieht man sieht er uns was mein kann man ja abschicken müssen wir gucken ob der laufe karte irgendwie da steht nächste karte ja der sieht sehr selber nach und ein anderes wort dass ich nicht sagen ich bin auf der karte gucken hat gerade wird nichts angezeigt ja jetzt wird die angezeigt da oder irgendwie sowas wahrscheinlich hingehen so ein radiosender oder so aktivieren damit der angezeigt nehme ich an ja ich habe genau darüber geguckt mit der karte aber da war nix aber da wird auch trotzdem irgendwie auf der karte so angezeigt so als sehenswürdigkeit oder so wahrscheinlich irgendwie erkundet schon ja aber ich habe keinen schaden genau auch da will ich rein da will ich reiten und ja wie vorhin war ich unter unter der erde da kann doch nicht mal ich bin der captain der captain mein captain er muss aus irgendeinem film oder irgendwie sowas sein weil habe ich schon aufgehört der captain mein captain muss irgendein zitat aus irgendeinem film sein oder irgendwie sowas da geht es um gefühle ja 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 ich fühle sich alle auf den stuhl stellen und sagen zum lehrer ich habe schon mal gehört so ruhig auf einmal mein gott die ganze zeit was du da warum schießt die ganze zeit aua musst du da müssen wir als hier mit elektro außer mir ich bin mir sicher ich weiß nicht einige von gottes drehen das kenne ich und sei auch man ja 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 mein gott sind gleichen durch die luft geflogen ja 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 ich wollte überraten vor ein paar leuten aber ja 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 ich habe irgendwie gestellten gehört als am terminal war also mich umgedreht habe war dann jetzt müssen wir noch dahinten ich glaube ich kann mich nicht mit dem irgendwie ich kann es nicht mit dem aufnehmen immer immer wenn ich einmal schießen muss ich mal nachladen und dann hat er mich schon wieder eingeholte dann dann war es deswegen muss ich die ganze zeit mal wegrennen wenn jemand anders hat nachgeht es hat schneller ist ein stürmer hat er uns gesehen er ist schon mal weg da ist da in der luft das würde irgendwie so ein fallschirm also weg so sind wir wieder auf mich los wenn ich nachlade oder hoffentlich ich habe ich noch betroffen ins gesicht ich habe mehr schaden wenn er gerade sein maul aufmacht ist das ich habe irgendwie sowas sieht so komisch aus wie so eine kuppel irgendwie so ok dann rennen wir es mal nicht an das ist ein stürmer hinter der da ist es klar da gehen wir noch richtig es ist auch kein normales buch oder das ist noch mehr gewesen das war ein ding da machen noch mal noch ein bisschen hier vor das ding schon wieder zum link da haben wir auf b5 die freiheit wird niemals okay ich kann werden das schießendste kann ich wow die alle ja so gesammelt das ist ein stück doch nicht dann schieße ich ja schon ein bisschen angekratzt macht den schon ich glaube jetzt gleich auf sterben ist das mein gott ist noch mal drauf da die man kann sie haben das war und zu messer und dann hab nach hause und eine pause zwei da sind zwei haben mich nicht schießt eine rakete ins gesicht ich habe keine raketen mehr ich habe keine im geben nein dann prüge ich mich durch das gott ich muss aufsteigen mein ding brennt er ist tot er ist nicht da war bei mecca ein bisschen zu viele ich habe auch mehr auf die kleinen gegner ich habe es noch von der seite angeschlossen naja er ist tot oder eine ganze titan stirbst noch mal ich habe ein saftiges fleisch schon aufge aufgemacht okay ich glaube wir sollten ja müssen flüchten warum liebten der immer noch ja ich habe jetzt also weg na 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 zu viel zu viele gegner zu viele gegner da ist noch ein stürmer genau in den reingelaufen war mir die moni aus ich weiß nicht weil sie sich daran fühlt ganz ehrlich gerade bei der auf den augen schluss nach da kann man genau jetzt brauchen so ein bisschen nachschub und da kann man glaubt ich bin noch mal weg nein okay der gegner die gegner können auch das vor und wo denn da ist doch der biken gelandet weiter 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 stopp ich bin noch ein paar kleinen gegner aber so vorräte kaputt gemacht die säcke oder was du hast gerade was oder noch mal umgedreht ja noch kleine gegner ja mein gott ich bin noch mal mein gott aber ja viele wo ist da unten ist die vaterie brauche ich habe zur überkehrung so dass ein stürmer ist klar denken wir nach nicht so einer coolen waffe mit voller wucht genau da drin jetzt muss ich auf deine primärwaffe und auf deinen blöden ding sie aufpassen beim blöden gardok und davor musste ich auf deine mien aufpassen was er nur lebensgefährlich ich habe noch ein geschützte du hast ein gardok du hast eine primärwaffe nämlich jetzt kinder ich habe das verlangen mehrere geschützte mitzunehmen paketen geschützt jetzt dass wir mit dir ich bin voll schön mit meinem geschützt das war damals und jetzt ist sie heute damals haben wir auch schwierig abgelost jetzt gehen wir auf extrem und machen alles fertig du bist doch nicht mal ein ding dran da kommt ein titan ja warte wenn er soweit neu entfernt ist dann kommen wir das stück der dritte macht dich fertig pass auf erlebt jetzt liegt da ganz langsam im boden bei mir da kommt der nächste ich habe gerade mein ding sein platziert war war begegnet viele gegner dann kommt der nächste stürmer naja weg warum schon ein stürmer wenn euch fortgesicht weg gepostet habe ich noch nicht mal gesehen von spazieren gemacht mit seinen und seinen kindern und dann kam ich mensch ja ganz hinten ist ein stürmer da war einer Profisst euch! Uh! Du-d-d-d-d-d! Dä-d-dä-d-d-dä-d! Halt, ihr credit geht zu mir, aber ich der Vorgesetzte, wen er vorhaten! okay na das ist doch bestimmt drei sterne hey man wir sind immer viel mit dahin und soviel erfahrungsbote jetzt kann man glaube ich mal endlich wieder oder aber nicht genug gab noch noch einmal zwei mal drei zwei mal zwei ja dann müssen wir zähne haben ja ich mache ja ein neues hier und wo ich bin schönes 10 proben ich würde sagen art taktikausrüstung mehrere bomben abwerfen im bau werfen wir von 21 bombe ab steuerung des hellleiber pots gesundheit von geschützten da wollte ich auch holen irgendwie komme ich nie dazu in wir aufzufüllen so 15 jetzt 150 150 50